Happy birthday, Lelson Luzza. Happy birthday, Uma Uma Bahai. Happy birthday, Manchan Mandal. Happy birthday, Emdi Rehatula. Happy birthday, Natalia Siburian. Happy birthday, Michael. Und ich spiele mal wieder Free Fire. Die ganze Woche über Free Fire. Viel Spaß. And the Royal. Und es beginnt. Mal schauen, wo wir rausspringen werden. Shower Cut von oben. Wir sind hier und ich würde mal sagen, wir springen da bei Cotatun hin. Cotatun ist da hinten. Und dann springen wir mal raus. So weit komme ich zwar nicht, denke ich. Vielleicht doch. Nee, schaffe ich nicht. Ah. In Cotat habe ich schon eine Runde gespielt für TikTok. Und die war richtig gut gewesen. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich sie für TikTok gemacht habe. Und nicht für YouTube. Weil die Runde war richtig, richtig gut. Oh, da. Muss ich da hin? Oh, da landet einer. Nee, da muss ich nicht hin. Dann gehen wir erst mal hier in der Halle rein. Dass wir draußen die Waffe einsammeln. Level eins. Okay. Was ist umsonst? Okay, nimm mal. Umsonst nimm mal mit. Was ist umsonst? Okay, nimm mal. Umsonst nimm mal mit. Das war schon. Aber schon. Aber auch schon gehabt. Midi-Pack, das ist gut. Okay. open durch die besseren die war für es besser probleme immer wenn ich erst gerade hatte ich in der runde noch einen scharfschutz und jener gehabt und glaubt damit habe ich zwei kopfschüsse gemacht ich kann nur eine mission an ok aber ich sehe nicht die gelbe truhe leider der kreis ist kleiner geworden dann schauen wir mal kurz auf die karte wo bin ich denn bei kota da muss da hoch ok das schaffe ich irgendwie meine frau am lachen drohne startet hier komme ich nicht hoch es war das gleiche gewehr nahkampf fernkampf ok ich muss hier rechts hoch hier stehen noch mal die sachen einsammeln ich habe noch weste zwei striche und helm auch zwei striche besser natürlich drei striche aber zwei striche sind auch ok oh da die fällt auch ganz runter bleib stehen jawohl wo sind die ganzen leute hin das scheint hier ziemlich leer zu sein wie viel leben noch 28 oh ich höre da welche dann noch ein dann den berg und da oben ok hier habe ich drei striche mittlerweile um ich nicht ich nicht ich auf ich nicht ich Ich bin sofort weg. Schnell verbinden. Waffe wechseln. Oh, die Sonne wird wieder kleiner. Erster Kill. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Platz 21. Na gut, dann bis gleich. Dann schauen wir mal, wo gehen wir diesmal raus? Wir gehen raus. Wir haben einen Einkaufswagen. Ich glaube, das sind viele Leute. Ich fliege zu meiner Kiste hin. Oh, keine Ahnung. Ich bin auch so ein bisschen am herausfinden, wie das Spiel richtig geht. Also, wir fliegen zu der Kiste. Wir sind nicht. Wir sind nicht. Wir sind nicht. Wir sind nicht. Oh, ein bisschen weiter vor. Okay. Oh, hier endet schon die Linie. Da bin ich ja schon wieder unter Stress gleich. Erstmal ein Pilz essen. So, dann. Oh, das ist ein Fahrzeug. Fahrzeug. Ich möchte gerne ein Scharfschützengewehr wieder haben. So, dann fahren wir mal mit unserem Fahrzeug. Oh, da ist er. Oh. Oh. Komm, nimm mal den Eier bitte. so wo ist er da hinten ja ist die gelbe drohe ein kleiner upgrade auf level 1 oh ich habe die Zeit ha, ach ne schon wieder ok mein Auto fahr ein bisschen weiter rein ach ne der rote kriegt mich so leicht lol Alter hatte ich letztes auch schon mal eine Person gehabt ich hab auch der geschossen irgendwie die war schon so gut ausgerüstet war auch vorwärts schafft er das nicht? oh ja sehr schön ah ok Verbandszweck das brauch ich nicht hey ich bin komplett ausgerüstet oh ich muss hier weg ich muss hier weg ich weiß nicht wie schnell laufe auf jeden Fall mein Wagen ah ist weit weg da ist ein anderes Auto zieh ich den? oh lieber er soll meinen eigenen Hintern retten ich muss hier gehen ja erstmal verbinden ich hier lecker man das gibt es da nicht nein so ne scheiße ach mensch na gut dank fürs zum schrock ich würde mich froh wenn man nichts über gesagt bis dahin nach wiedersehen